Wir sind heute im Egerpark Erfurt. Hinter mir sieht man das Danakil Wüsten- und Regenwaldhaus. Hier geht es darum, den Besuchern zu zeigen, wie Pflanzen und Tiere sich mit unterschiedlichen Strategien auf die Umwelt einrichten. Zur BUGA sind uns zwei Themen besonders wichtig, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns freuen, wenn auf den Baustellen Null Emissionen und auch Null Lärm entsteht. Das sehen wir bei dem Projekt gut verwirklicht mit den Maschinen von Wacker Neuson. Wir als Firma Lindenlaub arbeiten eigentlich seit bald 50 Jahren mit unserem Stammbetrieb in Stuttgart schon mit der Firma Wacker Neuson zusammen. Zum einen müssen wir die Mitarbeiter schützen in geschlossenen Räumen, wo hier kein Luftaustausch da ist, da die Pflanzen natürlich eine gewisse Wärme brauchen. Also wir können nicht wahllos Fenster aufreißen und Lüfter reinstellen. Wir von der Firma Lindenlaub benötigen hier im Urwaldhaus Maschinen, die erstmal leistungsstark sind und natürlich keine Abgase produzieren. Das ist für uns sehr wichtig, gerade bei den empfindlichen Pflanzen ist das ja sehr von Vorteil, wenn man da elektrische Geräte hat. Die sind sehr leistungsstark, kurze Ladezeiten und viel Leistung. Das ist genau das, was wir gerade benötigen. Das Gute an dem Elektrogerät ist natürlich, dass man nicht mehr tanken muss, sondern einfach nur den Stecker reinsteckt und fertig. Ein paar Stunden ist ja geladen und für den ganzen Tag ausreichend Energie da, um zu arbeiten. Wir merken, dass die Nachfrage stetig wächst nach Zero Mission Produkten. Dadurch, dass wir ein relativ großes Portfolio anbieten, in jede Richtung ist natürlich für den Kunden perfekt, weil er kann somit jeden Arbeitsschritt, den er auf seiner Baustelle darstellen muss, bewerkstelligen. Bei der täglichen Nutzung haben wir jetzt eigentlich keinen Unterschied zu Dieselmaschinen festgestellt und wir stellen uns schon vor, dass es in Zukunft in einem Privatgarten auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird, dort emissionsfrei zu arbeiten, weniger Lärm für die Anwohner. Die Baustellen sind leise, wir können auch nachts arbeiten, wir können auch Privatkunden bedienen, wo im Endeffekt auch für die Kunden ein Geräuschpegel wichtig ist. Unsere Zero Mission Produkte sind einfache Bedienung, einfach zu laden. Eine 230 Volt Steckdose reicht immer aus. Das Kundenfeedback ist sehr positiv, weil wir eine Komplettlösung bieten, die kein anderer Hersteller bietet.